es got to be one of these places the arsonist is a bug sprayer must have worked at one of these joints ja und damit heißt euch herzlich willkommen zur letzten folge elenoir das ist der letzte fall vielen dank an dieser stelle schon mal für alle die bis zum ende mit durchgezogen haben ja und erwartet jetzt noch mal ziemlich dramatisches finale jetzt aber nicht zu viel verraten wir legen jetzt einfach mal los ich denke mal das wird auch erst mal das letzte video von elenoir sein ich weiß nicht ob ich die ganzen kollekte bilds als video hochladen werde oder ob ich das auf cam machen werde das wird sich dann zeigen wir starten jetzt auf jeden fall mit dem letzten fall und ja wir müssen haben überhaupt irgendwelche hinweise gut da ich keine lust aber selber zu fahren überspringen wir den ganzen sprökes mal gucken was uns da erwartet sagt Dann schnappen wir uns erstmal die Zeitung bevor wir weiterfahren. Kreuzzug gegen Korruption. Körnchen Scheldin war ein Corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund along with the mayor, the DA, Monroe and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say more and more word about him and I will blow your fucking head off! Well, you've finally lost it. You've finally lost it, Harvey. I'm a pretty good idea of being dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I've got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services back to the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'm looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going down. I'm serious. Well, we're still doing this. This corrupt asshole. Sorry. Ashley. Let's wait to the screen. I'll be right back to the screen. Okay. Decideline to the screen. Go ahead the călder. Okay, got it. I'm gonna blow your head off with them. Yeah, I'm going up to the screen. Yes, sir. Ein großer Cowboy, warum suchen wir überhaupt einen großen Cowboy? Nuklear Nagetierabwehr. Holy moly, ey. Ich muss mit einem Exterminator sprechen, ein großer Typ mit einem Cowboy-Akzent. Wir haben nur drei Leute hier, ich und zwei Mexikaner. Sie sind beide auf der schraubigen Seite. Danke für deine Hilfe. Du siehst das nicht jeden Tag. Dann kann es ja nur Westlake Unwirdswiefer-Beseihigung sein eigentlich. Ansonsten wäre das schon ein wenig merkwürdig, wenn wir da auch nicht fündig werden. Ich arbeite für den D.A. Ich arbeite für den D.A. Ich arbeite für einen großen Cowboy, der eine Extermination macht. Wer ist das so, die hier arbeiten? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Thank you. Sehr zuvorkommend. Dr.Fotin's Praxis. Gestern. Coal, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lickman, Coal. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Coal. This way. Thank you, Rusty. Take your time. Okay. Und das ist die letzte Zeitung. Das Gesicht des Fortschritts. Bürgermeister war Baulöwe Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down? You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly our cold character, Harlan. He has a friend called Kelso. He knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform him. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I think I'll take care of you, Kelso. Aha. Aha. Was wäre dann die letzte Zeitung gewesen? Gut. Okay. Not gespielt. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Tja, Dr. Fontaine. Wir sind halt ein... Idiot gewesen. Die Kristallkugel. Somebody in here know. Good doctor has been marking this map. Edgwood Grove, McCarthy Vista, Carson Heights, Rancho Escondido. So, do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? New houses all being built in the path of the freeway? Hä? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich wurde eingebrochen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Tja. Tja. So einen Bericht zuvor muss ich... Daraus heißt, die Familie und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harren J. Fontaine. Leland, unten finden Sie eine Liste. Okay. Elysian Fields. Monroe war nicht glücklich. Menschen haben gestern, und es hat die Aufmerksamkeit getrennt. Der Doktor hat die Kontrolle verloren. Oh. Oh. Okay. Hmm. So. Das nützt mir nix, das hilft mir nicht weiter. Irgendwo ist hier noch was. Das Morphium. Überall taucht dieses Scheiß Morphium auf. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Unscheid. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Sprechen Sie mit Curtis. Hmm. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood. All of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? The doctor's dead. And roll nearly blood to death. And they get Jack. We need the firewood. The okey cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Holy moly. That artet ja noch richtig in Arbeit aus hier. Ranch Baracke. Gllies. Nothing. It's like a horror cartoonically in the Hath. All I have to say. To my right. Okay. Gotcha. Yeah, anyway. Dann tritt die Scheißtür ein. Holy shit. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Sure. Wir bringen direkt den ganzen Flammenwerfer mit. Ehm. Yo. Erinnert doch stark an Heavy Rain. Und den Origami-Killer. Was denn hier der Arbeitstisch? Hier, gell? Okay. Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen doch heute ihr altes Haus. Okay. Los Angeles River Tunnel. The River Tunnels. This guy is a tunnel rat. Der Typ war in Okinawa. Jesus Christ, I know every one of them. Dann kennst du wahrscheinlich auch den Typen. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Peter'son, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Oh, oh, oh. Wheelchair review. KGPL calling, car 11K, 11King, come in. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect out standing in the LA River Tunnel system with a hostage. 11K and I'll do that. What the hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hundreds of hours. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading south-west on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso. Described as a Navy Chevrolet fleet line. License number 4. Welcome 0, 2, 8, 6. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. I'll need help to make this river. That's of course very much. That's of course very much. That's the council's car. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. All units, Chief Portal reports that the suspect is on and extremely dangerous. Ha! What's going on? What's going on? Hey, why did you run away the Lunds? They're our colleagues. All units. We have a new suspect vehicle. Shop number 1, 3, 5, 1, 6. Shop number 1, 3, 5, 1, 6. Repeating. Shop 1, 3, 5, 1, 6. Shop 1, 3, 5, 1, 6. Is a second suspect vehicle. Carole. Abgeschüttelt. Off the edge. Go ahead. Bullen. Fucking bullshit. What is he hitting us on? All units. Stand by for further. How did you do? Hey! Hey! Gott des Willen, wir fahren wieder besoffen. Letzte besoffen wieder. Da steht doch hier überall das Blatt. Was? Wir dürfen uns platt machen. So, da bin ich nicht einverstanden, also... Nö, nö, lass mal. Wir wollen uns also auf den Verkehr ziehen, weil wir zu dicht an der Sarabran sind, die alles aufliegen lässt. Versteh schon. Wer ist dieser Mann? Petersen. Was ist er hier? Er ist hier, um unsere Hände zu schützen. Ich gehe da, Jack. Keine Ahnung. Ich finde das hier in der Ranch House. Er hat seine Routen festgestellt. Ich gehe da hier. Kohl, du gehst die nächste Entrennung. Biggs, ich brauche dir, du gehst das Auto und schützen diesen Ort hier. Ich denke, das ist seine Hände zu schützen. Kohl. Er ist einer von uns. Was? Ich bin jetzt gerade wo du bist! Got it, got it. Petersen, du willst sein D.A.? Wir verdienen deinen Salz. So, Kelso ist dein Junge, Petersen? Und werken mit Phelps? Er ist ein Handy lad, das Kelso. Ja, er ist, Herr Schiff. Du kannst nicht erinnern, was die beiden entdeckten. Es könnte all die Höhe nach oben gehen. Ich hoffe, dass du nicht verletzt bist. Also, du bist der neue Groom, Petersen? Es sieht so aus. Und du denkst, er wird es weg von dort leben? Ich denke, er könnte. Er ist ein Schwerteser Mann, zu entfernen. Okay, Petersen. Ich höre. Was ist denn los mit euch? Holy moly, hier geht weg ab. Was ist denn los mit euch? Lad nach. Komm. Komm. Komm? keeper Quem? Keep on going, Jack. Okay Da wo sind die nächsten Na komm, zeig euch Ich hier weiter Nein, da gehst du doch raus Oh, dann gehen wir hier lang Okay Wer brennt denn da hinten? Geht es hier überhaupt weiter? Nein Ach, durch den Kanal Okay Komm, geh doch hier runter Okay Weiter geht's Lebt der noch? Keine Ahnung Tja, okay Keine Muni mehr Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen dämlich Shotgun Nö, weiß ich nicht Ich bin mit der noch ganz zufrieden Ich bin mit der noch ganz zufrieden Ich gehe da hinten leben noch Immer noch Blö Wer ist der Dude mit dem Flammenwerfer? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht Es tut dir Ich bin Geht's hier weiter? Nee. Was ist denn da? Hä? Wo denn? Vor allem, wie geht's hier weiter? Ist der unter mir? Ich glaube echt keine Ahnung, wo der zu denkt. Wie wird's hier weitergehen? Er ist da! Er ist da, da ist da! Kill ihn! Er ist da! 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 Das ist jetzt halt die Frage, wie geht's hier weiter? Er ist da! Er ist da! Er ist da! Holy moly. Oh, nett. Achso. Und hier kam ich ja. Die Wasser ist rißig. Komm schon. Beil dich! Also... Äh... Ja doch, check Kölzlo. Verrisch dich. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Alle gekült. Oh, wie schießen die denn sonst noch? Oh, der? Nee. Holy... Whoa. Nice. So, burn, motherfucker. Burn! Ist hier richtig? Scheint so. Okay. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do if you come here to kill her. Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with me. You were with the sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And the hob? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kölzlo, aren't you? I was, I was. You were with the two. I was. I'm not going for you, soldier. I'm not going for you. I don't know that, soldier. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways, not everybody knows her. Elsa! Are you alright? Get away from her! It's alright, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. Holy shit. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help her in the back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be alright. You've helped her, too. Get her out of here. Biggs will help. His exes is nearby. Jack! I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, Miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! What are you going to do, Lieutenant? What are you going to do, Lieutenant? Jesus! Look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crit! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, belts! Get your own fucking hands dirty! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Oh-ha! Everyone out of here now! Double time! You two, good Lieutenant, belt to an aid station. Weapons team will be blowing this place in two minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Whew. Okay. He killed that map! He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this break away! The water is rising! Oh-oh. They're first! Hand her up! Get out of here! You're not sure! I'm not arguing! You're wounded, Jack! Let me help! What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! I... I... ... ... ... ... ... ... ... ... Geopfert? What the fuck? Was ist das da, Kapelle? Damit hätte ich jetzt mal überhaupt nicht gerechnet. We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear! A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop, wrongly accused, who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine! You belittle his memory! Elsa! Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Who are you, Herschel? A reformer. Who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think he knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. Lugner. A good friend. A good friend. Lugner. ja und das liebe freunde war also mit dem ende hätte ich jetzt mal überhaupt nicht gerechnet das hat mich dann doch ein bisschen überrascht dass er sich jetzt da opfert ja ich bedanke mich noch mal bei allen die bei diesem let's play dabei waren ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß dabei wie ich es war sehr knifflig und ohne ohne diversen hilfen nebenbei mit lösungen und tipps wo die ganzen hinweisen so versteckt werden hätte ich das auch nicht in dieser art und weise durchziehen können dieses let's play ja ich bedanke mich noch mal ich hoffe ihr hattet spaß lassen bleibt da was gern kommentar da wenn ihr neu seid lasst auch gern ein abo da mir bleibt nichts weiter zu sagen als ich hatte spaß bei dem let's play und ich hoffe wir sehen uns im anderen let's play oder in einem neuen let's play oder in einem anderen video auf diesem kanal wieder bis dahin haut da rein und ciao und die wir sehen uns im nächsten Video und wie gerne Vielen Dank. 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 ... 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 ......